So, acht Bienenstöcke sollten reichen. So, acht Bienenstöcke. So, machen wir hier die Mauer dicht. Und jetzt noch mehr Trupps. Auf euren Befehl. Und schicken auch ans letzte Dorf die Ressourcen. So, das heißt jetzt sind Tavernen dran. Tavernen und Straßenverbesserung. So, acht Bienenstöcke. So, acht Bienenstöcke. So, acht Bienenstöcke. Ja, denn ich habe den Timer falsch in Erinnerung gehabt. Das war nicht der Timer, den ich habe, bevor die Dörfer eingerissen werden, sondern bevor ich angegriffen werde. So, okay. Auf jeden Fall noch mehr Bogenschützen. So, diesmal sieht es gut aus. Ich denke, die Dörfer sollten jetzt alle sicher sein. Ja, ihr habt auch eine, ich sehe nämlich komisch aus, die eine Palisade hier errichtet. Auf euren Befehl. So, dann erhöhen wir den Sold mal und wir haben schon unser Truppenmaximum. Bauen wir jetzt das Lagerhaus mal aus. Jawohl! Und unsere beiden Tavernen. Können wir nicht, weil wir müssen erst die Kirche ausbauen. Wir haben das Siedlerlimit erreicht. Wir haben aber ja zum Glück genug Steinbrüche, die uns mit Steinen beliefern sollten. Oh, und die haben das Territorium da oben eingenommen. Ja, wo der... Habe ich eigentlich schon eine Apotheke? Nein, ich habe doch keine Apotheke. Ich kann gerade auch keine bauen. Ich habe aber jetzt alle Dörfer auf unserer Seite. Auch immer noch 13, also zwei Steinlieferungen. Da kommt eine schon mal. Die von hier müsste dann auch unterwegs sein. Hier hätte ich zwei Kühe. Der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Ja, wen denn? Auf euren Befehl. Und ja, euch kann ich ja wieder aufwischen. Stimmt. So, jetzt kann ich die Kirche ausbauen erst mal. Dann sollte ich auch meine Außenposten ausbauen. Auch wenn das ein bisschen Geld kostet. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Oh, die kann ich nicht, weil das sind... Sofort! ...seilter Bogenschützen. Mehr oder weniger. Also Bogenschützen, die ich bekehrt habe. So, jetzt können wir weiter mit dem Ausbau fortfahren. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwind. Das sollte da doch noch sein. Ja, du schießt ja auch gerade auf welches. Gut. Äh, Apotheke bauen. Aber ja, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, welches Dorf jetzt angegriffen werden könnte. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Ja, und das mit Markus stimmt da auch nicht ganz. So, den Außenposten noch. Der da ist jetzt nicht ganz so wichtig zum Ausbauen. So, die Taverne ist ausgebaut. Die Taverne wird ausgebaut. Die Apotheke wird ausgebaut. Sofort! Ich kann Leute die Kollekte bitten. Also die Messe. Für ein bisschen extra Geld. Ja, normalerweise dürften jetzt keine Dörfer mehr angegriffen werden. Jetzt wo die Palisaden stehen. Und ja, wir haben... Ist das ein Reinlichkeitsproblem? Ja, das ist ein Reinlichkeitsproblem. Äh. Kein Krankheitsproblem. Gut. Aber wir können trotzdem was von den Heilkräutern verkaufen. Ah, ans Kloster. Und etwas von dem Holz verkaufen. Wir... Ein Karren wurde ausgesandt. Beim Kloster kriegen wir Medizin und Brot. Bei euch kriegen wir... Wolle und Eisen. Bei euch Stein und Eisen. Der Rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Nein, tut er nicht. So, wir könnten theoretisch noch einmal die Burg ausbauen. Für mehr Soldaten. Aber... Ich brauche erstens das Gold. Ja gut, die Steine, die... Nicht ganz so unbedingt. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Wir könnten super hier den Durchgang zumachen. Mit einer Mauer. Da könnten wir das Lager zerstören. Da allgemein die Lager zerstören. So, während ich auf den restlichen Med warte. Und ich müsste jetzt mittlerweile genug da sein. Ja, ist es auch. Ja, sobald Hakeem befördert ist. Auch mal Wolle. Zusammen sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt mich. Sehr schön ist er. Badehäuser. Badehäuser. Zwei Stück. Und eine Belagerungsfabrik. Sofort. Jawohl. Also ja, ich könnte jetzt, da ich mehr als genug Zeit habe. Also erst mal Wolle kaufen. Auf euren Befehl. Verstanden. Doch mal versuchen, die beiden Außenposten einzureißen. Inklusive Armeen und allem. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ach, hei. Jawohl. Ei. Sofort. Kämpft weiter. Verstanden. Bei den Himmeln. Sie wagen es, unser Kloster anzugreifen. Im Namen von allem, was euch heilig ist. Helft uns. Jawohl. Verstanden. Auf euren Befehl. Sofort. Alles klar. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Zum Angriff. Helft mir im Kampf für die Gerechtigkeit. Jawohl. Schnappt euch den Karren, wie ihr wünscht. Alles klar. Wie ihr wünscht. Erbeutet, was ihr könnt. Verstanden. Angriff. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. Wir haben das Katapult. Gerade noch rechtzeitig. Lösch bitte das Kloster. Wir haben das. Aber wichtig. Herr Band. Aber. Schieben, Crabt und Sikh. Wir müssen auf und Grosser. Wir müssen gegen Raps. Wir müssen fast ab und friendいます! Wir müssen vor uns am Rapson das her. Bis zum nächsten Mal.